Hallo alle zusammen und schön dass ihr dabei seid zu einem kleinen kurzen Infovideo Leute und zwar was ganz 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 wichtiges für mich persönlich und zwar geht es um folgendes einige von euch haben das vielleicht schon mitbekommen die vielleicht mal auf dem Total War Headquarter geschaut haben oder auf der Facebook Seite von Total War oder im Forum sogar von Total War dass die Leute von CA einen Livestream machen ab heute um 11 Uhr bis morgen um 11 Uhr für einen guten Zweck und zwar machen sie da an der Game Blast mit womit sie dann Geld sammeln quasi für eine Charity Organisation die sich Special Effects nennt was diese Organisation macht erzähle ich euch gleich mal ich habe mich da schon ein bisschen reingeschaut aber in erster Linie geht es darum wenn ihr dort mit reinschaut und auch vielleicht einen eigenen Stream macht oder euren Freunden davon erzählt dann lohnt sich das im Endeffekt für CA und so sind mehr Sachen später möglich für Special Effects und was ist denn jetzt überhaupt Special Effects? Special Effects ist eine Organisation aus in Britannien glaube ich ist die ansässig genau Großbritannien die Menschen dabei hilft die Behinderung haben und motorischer oder physischer Art dass sie wieder Spiele spielen können an der Playstation oder am Computer diese nicht also aufgrund ihrer Behinderung nicht spielen können da gibt es verschiedene schöne Videos die ich mir schon mal angeschaut habe zum Beispiel gab es einen Jungen namens Alex der konnte dann mit seinen Augenbrauen und mit seinen Augen wieder Minecraft spielen und es gibt auch andere Menschen die dann es ermöglicht bekommen haben zum Beispiel mit ihren Füßen wieder an der Playstation zu spielen oder die dann auch wieder andere Sachen spielen konnten generell wo sie motorische oder physische Probleme hatten wegen ihrer Behinderung und ich finde wirklich Leute das ist so eine richtig super Sache und möchte da eigentlich auch gerne unterstützen und es wäre schön wenn ihr das auch macht ich verlinke jetzt hier im Video und unten in der Videobeschreibung einmal den Livestream von Total War wo sie es machen und auch gleichzeitig nochmal den Link zum Video von Alex wenn ihr euch das mal selber reinschauen wollt und ich hoffe dass so viele von euch Video möglich dann beim Livestream mit dabei sind und ich werde mir definitiv anschauen und hoffe dass dann auch ein paar schöne Sachen schöne Summen sich noch rein sammeln abgesehen davon könnt ihr auch mal noch einen schönen Einblick bekommen in Total War und alle anderen Sachen noch die heute gestreamt werden und ich hoffe euch gefällt es und ich verabschiede mich jetzt wieder von euch und wir sehen uns dann beim hoffentlich alle beim Stream Ciao bis zum nächsten Mal